hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von genus solo wir spielen die view and cursed in der kooperativen version letztes mal haben wir das setup abgeschlossen haben bereits eine komplette runde gespielt so dass ihr euch bereits mit den spielmechaniken vertraut machen konnte jetzt haben wir eine mission die müssen wir erfüllen wir sollen drei monster bezwingen bevor dieses an adreas erreichen und bevor unser schneit so weit in den keller gerutscht ist dass wir nur noch aus dem land gejagt werden ob uns das gelingt wir werden sehen ich wünsche viel spaß dabei willkommen zurück liebe fluchjäger in san andreas und umgebung unsere beiden damen sind immer noch im vollen gange wir haben unsere red hat sie ist bereits außerhalb von san andreas und hat ihr erstes kopfgeld eingetrieben und zur annabelle ist noch in der stadt und macht noch ein paar vorbereitungen unser tracker hinsichtlich des team steins bei 88 wir wissen ist wenn dieser tracker und die null erreicht dann war es das dann hätten wir das spiel verloren doch so weit wollen das nicht kommen lassen und deswegen starten wir die nächste runde annabelle ist der startspieler wir beginnen mit der improvisation phase zwei karten für annabelle da haben wir diese beiden und dann haben wir zwei für red hat und haben diese beiden für annabelle die entscheidung zwischen einem bewaffneten überfall und einen schnappen beides bringt kampf ressourcen zwei beides erhöht den fluch um eins das eine bringt uns wasser das andere uns bewegung da meine kartenhand momentan überhaupt keine bewegung hat und ich ja die karte direkt auf die hand bekomme werde ich das schnappeln auf die hand nehmen und diese karte wird abgelegt wie der zufall so will bei red hat genau dieselbe auswahlmöglichkeit doch hier werde ich mir den überfall nehmen und werde das schnappen ablegen kommen wir schon in die begegnungsphase unsere annabelle ist in san andreas und da ich noch sechs geld habe werde ich mal als erstes ein bisschen was für bewegung holen ein paar stiefel kostete 3 danach werde ich meine auffrischungs aktion benutzen um diese sachen abzulegen und drei neue nachzuziehen mal sehen bekommen doch was für drei da ist noch was für drei dabei das messer ist zwar ganz nett ich hätte auch noch ein hand slot frei wäre für drei auch kaufbar aber ich denke mal die drei werde ich anderweitig investieren ich werde nämlich meine fluchschwelle erhöhen für drei dollar daher die stiefel in den ausrüstung slot für drei und dann die fluchschwelle auch noch um eins erhöhen ich habe einiges an fluch karten dabei und auch die neu gezogene karte erzeugt fluch deswegen will ich nicht so schnell auf die schwelle geraten zumal ich ja auch noch einen auftrag habe hier dieser vers betrüger was sagt wenn ich sechs fluch zusammen habe das heißt es sollte schon meine schwelle irgendwo weiter nach oben bringen dann bekomme ich auch noch diese belohnung okay bezahlen wir noch in die sachen dass wir das und das begegnungsphase für red hat sie befindet sich nicht in sand andreas deswegen wird sie jetzt außerhalb und sand andreas eine begegnung haben sie befindet sich auf einem feld mit einer schlucht somit kein verfluchter ort somit müssen jetzt eine begegnungskarte ziehen einmal die normalen orte und einmal die verfluchten oder wir hatten ja festgestellt das war nicht verflucht somit haben wir jetzt diese begegnung und dann schauen wir mal wie diese karte aufgebaut ist auf den begegnungskarten habt ihr immer die orte die das widerspiegeln was du jetzt erlebst in dem fall sind wir ja bei den schluchten das heißt uns interessiert nur dieser rechte text und der lautet die folgt eine alte dame ruft dich zu sich und bettelt um etwas wasser wirst du es ihr geben wenn du das tust dann musst du zwei wasser bezahlen reduzierst deinen fluch um zwei oder sie ihrem dorst überlassen das würde bedeuten unser fluch würde sich um eins erhöhen ich habe zwar einiges an wasser um somit meine kosten zu bezahlen um den fluch zu verringern aber ich habe noch keinen fluch auf mir drauf deswegen wäre das tatsächlich nur das minus geschäft hinsichtlich des wassers und das möchte ich eigentlich nicht hinnehmen deswegen lasse ich die alte frau ihrem dost und gehe mit dem fluch um eins höher kommen wir in die aktionsphase mit annabelle jetzt habe ich einiges vor mal sehen ob das ganze so klappt wie ich mir das vorstelle ich möchte als erstes schnappen spielen das bringt mir zwei angriff zwei bewegungen und wird sofort mein fluch hier um eins erhöhen dazu möchte ich meine stiefel benutzen somit habe ich drei bewegungen und kann mich erst mal bewegen die bewegung werde ich wie folgt verwenden 1 hierhin für diesen fall dann habe ich hier noch eins hier muss ich noch einen angriff erzeugen oder habe ich ja noch deswegen haben wir schon zwei erzeugt eins weniger habe ich noch eins übrig und dann laufe ich schon meinen dritten bewegungspunkt hier nach unten zu diesem verfluchten ort aber bringt mir auch zusätzlich durch die bewegung noch einen fluch erhöht sich der fluch bei annabelle somit durch die bewegung um eins und ein angriff habe ich ja noch benötigt der wäre hier auf alle fälle schon dabei aber den hebe ich mir mal auf lässt sich besser rechnen und spiele für den einen angriff für die bewegung hier diese karte hätte natürlich auch alternativ eine wunde hinnehmen können aber somit habe ich die karte auch erst mal gespielt jetzt bin ich an einem verfluchten ort und bei den most wanted gibt es jemanden der bei verfluchten orten ist und das ist hier dieser benötigen aber zwölf angriff um diesen zu bezwingen doch ich glaube ich werde es schaffen dieses kopfgeld einzutreiben und aus diesem grund werde ich meine aktion dafür verwenden diesen most wanted zu jagen benötige halt zwölf angriff 2 habe ich aber noch aus dieser phase habe ich ja noch nicht angewendet aber ich brauche halt immer noch weitere zehn angriff und da fangen wir mal an diese zusammen zu bekommen als erstes möchte ich diese verflucht karte spielen bringt uns erstmal negativ effekt einen fluch dazu aber sie hat einen ganz besonderen kartentext denn sie kopiert eine andere bereits gespielte karte achtung sie muss gespielt sein sie darf nicht auf eurer hand sein und diese beiden karten habe ich ja schon gespielt und da werde ich den effekt von dieser karte hier schnappen einfach noch mal kopieren bedeutet aber automatisch dass ich auch den fluch mit kopiere somit ein weiterer effekt hier auf diese seite des weiteren bekomme ich aber noch mal zwei bewegung die kann ich dann noch verwenden wie auch immer ich sie möchte und noch mal zwei angriff dann habe ich jetzt in summe vier angriff aber ich brauche immer noch eine ganze menge dann machen wir mal weiter ich habe ja auch ein paar karten die ich da spielen kann und deswegen noch mal diese karte bringt mich jetzt aber in ein großes problem denn ich komme jetzt direkt auf die fluchschwelle und sobald ich die fluchschwelle erreiche muss ich meine charakter karte auf die verflucht seite drehen gucken wir uns diesmal an der normale bereich der charakter karte von anna berle hat für uns und kooperative spielweise keinen effekt denn die passive fähigkeit ist dass sie einfach nicht ausgeraubt werden kann das haben wir im kooperative modus ja nicht vor des weiteren abgabe eine padrone bringt automatisch ein angriff und das kann man so oft wiederholen wie man munition hat doch wir werden ja jetzt verflucht das bedeutet wir drehen die karte um auf die verfluchte seite und jetzt ändert sich etwas das erste was sich ändert da sehen wir aus der abgabe von einer padrone wenn der zwei angriff das heißt sie stärkt sich in dem moment doch der effekt wird jetzt hier unten abgeändert sind bekommt eine strafe dass sie kein kopfgeld von krähen eintreiben kann falls wir das mal vorhaben achtung wenn ihr die karte umdreht steht euch der andere effekt nicht mehr zur verfügung das heißt in dem moment wenn ihr nicht kooperativ spielt wäre enabelle natürlich jetzt auszurauben also ihr könnt quasi sie jetzt um ihren reichtum erleichtern wenn ihr das wört doch okay sei es darum dass wir jetzt verflucht sind wir müssen jetzt natürlich des weiteren beachten jedes mal wenn wir jetzt hier weiterhin flüche sammeln bekomme jedes mal eine wunde das wird uns wahrscheinlich am ende zum verhängnis werden aber ich will das kopfgeld haben und da will ich alles für einsetzen doch machen wir weiter wir hatten ja jetzt diese fluch schwelle erreicht von sechs das erste was jetzt noch passiert ist wir haben ja hier einen auftrag der sagt wenn wir betrüger sind fluch genau auf sechs haben und das haben wir bekommen wir diese belohnung das heißt fünf schneit und drei wasser holen wir uns erst den schneit fünf stück das ist eine ganze menge sind wir auf 93 und ergänzend wie erwähnt noch drei wasser und dann haben wir diesen auftrag auch erfüllt wir sind aber immer noch bei der karte und wir haben bisher nur von oben nach unten diesen fluch ausgelöst jetzt kommt der untereffekt zum tragen und ich möchte noch einen angriff mehr erzeugen und ich habe ja hier diese karte gespielt und diese möchte ich ganz normal kopieren somit noch eine weitere angriff somit habe ich jetzt in summe schon fünf von den zwölf zusammen bekommen doch das reicht ja nicht wir brauchen immer noch sieben stück dann habe ich hier meinen revolver den werde ich einmal dafür einsetzen um zwei patronen zu verwenden um fünf angriff zu erzeugen damit wäre ich bei zehn und bräuchte nur noch zwei kann man jetzt hier diese beiden hinein nehmen und das heißt nur noch zwei angriffe sind nötig jetzt ist die große frage was mache ich ich könnte jetzt natürlich noch die verflucht karte spielen und erneut hier hinein investieren um noch mal zwei angriff zu erzeugen problem was ich dabei habe ist natürlich dass ich zwei lebenspunkte verlieren dadurch erschöpft werden und das bringt wieder minus schneidern muss ich wasser bezahlen das ist alles nicht ganz so angenehm und deswegen ja ich bin gerade verflucht warum auch nicht ich werde eine padrone verwenden um hier zwei angriff zu erzeugen und das sind die zwölf die ich brauche um dieses kopf geld einzutreiben wir bekommen fünf schneit dafür somit von 93 auf 98 sind wir doch fast wieder mal ausgangspunkt und wir bekommen nicht nur die schneid sachen wir bekommen auch das was hier daneben steht und das bedeutet unser fluch sinkt um vier und das ist natürlich gut dann können wir nämlich hier von der sechs wieder runter auf die zwei und da wir uns wieder von der fluchschwelle weg bewegt haben gilt der effekt nicht mehr wir drehen die karte wieder zurück und haben wieder unsere normale annabelle das war doch schon mal sehr erfolgreich ich weiß aber dass mein kartendeck jetzt schon relativ ausgedünnt ist es sind noch drei karten drin ich darf jedes mal nachziehen das würde bedeuten wenn ich karten nachziehe auf vier müsste ich noch nicht nach san andreas zurück spiele ich die karte dann müsste ich zurück weil ich dann nicht mehr genug karten zur verfügung habe das muss ich auch immer beachten des weiteren noch zu wissen ist ich habe noch zwei bewegungspunkte übrig da ich ja diese karte kopiert haben die zwei bewegung extra bekommen habe und jetzt die große frage was mache ich mit der bewegung ich hätte jetzt zwei möglichkeiten ich könnte die zwei bewegung investieren noch diese fluch karte spielen um diesen effekt nochmal zu kopieren würde natürlich wieder den fluch zweimal nach oben treiben und hätte dann vier bewegungen könnte sogar noch diesen auftrag hier erfüllen der bringt aber jetzt nicht allzu viel da weiß ich nicht ob es das ganze wert ist und am ende würde ich natürlich dann zu beginn der nächsten runde beziehungsweise der aufräumphase wieder nach san andreas zurückkommen weil ich halt nicht mehr genug karten habe um auf vier karten aufzuziehen deswegen möchte ich gerne diese karte noch auf meiner hand lassen und werde die zwei bewegung anders investieren für die bewegung gehe ich hier in die schlucht benötige eigentlich nur eine bewegung die zweite lasse ich verfallen wäre schön wenn ich noch eine hätte dann würde ich hier zum aussichtsprogramm auch hier könnte ich natürlich wieder mit der verflucht karte die sache kopieren hätte ich genug bewegung aber nützt mir nichts wenn ich dann wieder nach von adres teleportiert werde deswegen lasse ich das ganze so desweiteren benötigt noch einen angriff und das könnte ich entweder so lösen dass ich mir einfach eine wunde schreibe oder dass ich noch mal einen angriff erzeuge ich habe zum glück noch eine patrone übrig um hier über die charakterkarte noch einen angriff zu erzeugen und das werde ich auch tun danach ist meine munition aufgebraucht aber ich denke mal padronen kriege ich für einen dollar eine lebenspunkt da benötige ich vier dollar und ich denke mal das ist das bessere geschäft an dieser stelle doch ich denke mal es war ein sehr erfolgreicher zug alle gespielten karten werden natürlich abgelegt wir haben einen auftrag erfüllt wir haben ein kopfgeld uns geholt unserer fluch quasi wieder etwas zurücksetzen können in dem sinne alles gut gelaufen machen wir weiter mit red hat mal sehen ob es da genauso gut läuft und zwar red hat hat nicht wirklich gute karten auf sein sie hat nur eine bewegung die könnte ich über flüche wieder kopieren aber am ende muss ich sowieso nach san andreas zurück es sei denn ich schlag ein lager auf aber ich denke ich habe so viel geld momentan gehortet wäre eine verschwendung mal nicht zurück nach san adreas zu gehen um noch ein bisschen ausrüstung zu holen aus diesem grund werde ich erst mal stehen bleiben kann ich ja immer noch entscheiden in dieser phase und werde zuerst meine aktion durchführen und meine aktion wird sein wir befinden uns auf einer schlucht außerhalb von san andreas ich möchte noch mal eine begegnung haben ziehen wir eine begegnungskarte mal sehen was wir diesmal in der schlucht finden okay dann haben wir dieses für diesen bereich in der schlucht eine explosion bringt dich zum taumeln und deine ohren zum klingeln felsen stürzende um dich herab und du rennst um dein leben aus der schlucht bewege dich auf ein benachbartes feld allerdings verlierst du dabei etwas wirf einen unerledigten auftrag ab auf ein benachbartes feld stürmen wir aus der schlucht heraus es wäre dieses feld dieses oder diese am ende ist es eigentlich vollkommen egal da ich mich ja zurück nach san adreas teleportieren möchte sie eigentlich ein vorteil gewesen sich zu bewegen man muss ja auch die ressourcen dafür nicht aufwendig eigentlich vollkommen egal ich gehe mal hier oben in die schlucht hinein aber jetzt verliere ich natürlich etwas und dies wird ein unerledigter auftrag sein und ich werde den abgeben der mir das wenigste einbring ist zwar auch am leichtesten zu erfüllen aber ich denke mal die anderen könnte ich eventuell verkaufen oder eventuell erledigen um halt noch mehr schneid zu bekommen okay das war meine aktion ich kann aber immer noch in der phase karten spielen und mich gegebenenfalls noch mal bewegen aber bewegung hat man ja festgestellt gehabt wollen wir nicht wirklich jetzt ist aber guter rad teuer was mache ich ich werde auf alle fälle hier den bewaffneten überfall spielen bringt mir angriff was ich nicht benötige was mir aber was bringt sind auf alle fälle die zwei wasser und dann denke ich mal fünf hinein und nehmen drei raus habe ich schon mal jede menge wasser aber natürlich auch fluch geht um eins höher jetzt hatte ich überlegt gehabt eventuell auch hier wieder über die verflucht karte genau wie bei einer welt eine karte zu kopieren noch mal diese um noch mal wasser zu bekommen aber da würde ich gleich zwei mal den fluch bekommen einmal über die karte und einmal über den effekt dann wäre schon wieder bei der schwelle will ich eigentlich nicht anders kann ich meine karten nicht einsetzen ich hatte gehofft auf die begegnung irgendwas mit meinen karten machen zu können aber da war nicht wirklich irgendwelche ressourcen die abverlangt waren und deswegen werde ich auch wenn es schwer fällt an dieser stelle meine phase beenden heißt die eine gespielte karte wird abgelegt und wir kommen in die aufräumphase da ich gerade hier bei retten fange ich mal mit der aufräumphase bei ihr eines am ende vollkommen egal die wird es simultan abgehandelt ich werde karten ablegen und schwer tatsächlich alle ablegen weil ich frische karten nachziehen möchte und die karten helfen mir nicht wirklich jetzt weiter ist auch nicht unbedingt ein nachteil außer dass man halt wenn man nicht genug karten hat und auch sein dann muss aber aufgrund des geldes was wir haben haben wir das e vor jetzt ziehen wir karten auf das heißt wir nehmen eine karte ist ja noch mal verflucht gewesen nützt uns auch nicht wirklich und jetzt ist unser karten stabil der bedeutet als erstes wir müssen unsere ablage stapeln und ziehen dann entsprechend nach das heißt noch mal drei karten eins zwei drei das hilft uns überhaupt nicht ja 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 okay aber aufgrund dessen dass wir jetzt den stapel neu mischen mussten werden wir automatisch nach san andreas teleportiert und müssen dann das nächste mal wieder aufwendig erst mal wieder nach außen kommen ihr seht also es ist nicht ganz leicht nach außen zu kommen es sei denn ihr schlagt euer lager auf auch das wäre natürlich eine möglichkeit für annabelle entgegen da werde ich keine karte ablegen in der aufräumphase werden auch alle unsere effekte wieder aufgefrischt hinsichtlich des equipments kann ich also in der nächsten runde wieder verwenden und dann ziehen wir karten auf bis zu vier wir hatten ja nachgezählt gab es ja noch drei übrig und deswegen passt das ohne dass wir jetzt mich müssen das deck ist zwar leer aber ich musste noch keine karte nachziehen ich muss das erst machen wenn ich tatsächlich noch eine karte ziehen aufdecken muss oder sowas erst dann würde der effekt eintreten das heißt ich muss mit ihr nicht zurück nach san andreas machen wir weiter mit dem negativ schneit für die nicht erfüllten kopfgeld sachen das ist jetzt eine ganze menge wir haben hier sechs wir haben sieben wir haben vier und das sind in summe 17 in negativ schneit die akte mit den sieben relativ stark rein den sollten wir irgendwann mal weg machen okay wir wissen also 17 negativ schneiden und dann wird direkt der nächste kopfgeld auftrag aufgedeckt was das wird dieser sein findbar in der wüste ok da ist jetzt nicht so schwer und 17 wieder runter von 98 runter auf 81 zu guter letzt monster bewegung da müssen wir nichts abhauen wir haben noch keine monster auf dem spiel führen damit ende die runde startspieler marker geht rüber zu red hat sie beginnt die nächste runde und es geht wieder los mit der improvisationsphase wir bekommen für red hat einmal einem söldner und wir kommen einmal sprint für annabelle bekommen wir eine segnung und einen aufwärtshaken der söldner ist natürlich ganz nett permanent immer drei angriff zu haben wenn man diese karte spielt dennoch ich bin mit red hat in seiner drehe also ich werde jetzt wahrscheinlich den laden besuchen und dann mich wieder rausbegeben und ich habe keinerlei bewegung auf der hand und deswegen werde ich sprint benutzen bringen muss von haus aus schon mal zwei bewegungspunkte und ich könnte diese karte entsorgen das ist diese tonne um noch eine weitere bewegung zu erzeugen dann müsste sie aber weg gehen aber es optional dieser doppelpunkt sagt immer dass das eine freiwillige geschichte ist ich nehme aber den sprint und der söldner wird abgelegt auch annabelle hat zwei sehr vielversprechende karten zur auswahl einmal segnung und ich denke mal das wird mein favorit sein weil fluch zu reduzieren in diesem spiel ist nicht allzu leicht man bekommt relativ schnell fluch aber runter geht es halt ziemlich schwer hier bei der segnung kriegen wir minus zwei fluch das ist schon mal cool und wenn es mal richtig hart kommt dann könnte ich die karte auch entsorgen für noch mal minus zwei fluch deswegen die karte nehme ich und hier bei dem aufwärtshaken ähnliches prinzip nur mit angriffe kriegen zwei angriffe und ich könnte die karte entsorgen um noch mal einen extra angriff zu erzeugen ist nett aber ich denke mal die segnung ist auf alle fälle besser begegnungsphase mit red hat wir sind in san andreas das heißt ich habe jetzt die wahl zum anschlagsbrett oder zum laden zu gehen da ich vorhabe doch etwas mehr umsatz im laden zu machen möchte ich jetzt zuerst zum brett gehen um dort einen auftrag zu verkaufen diese beiden habe ich noch und dann ziehe ich jetzt mal nach und bekomme dieses und dieses okay mit dem betrüger das kennen wir schon aber das hatte unsere ennerberg gehabt und ich denke mal das geht alles in dieselbe richtung viel fluch zu haben und deswegen werde ich mal diese karte verkaufen für noch mal vier wasser nehmen wir uns noch die vier wasser ein fünf rein an einer raus haben ja zwölf ich denke mal dann können wir in der nächsten aktion phase wo ich ja auch eine begegnung haben kann in san andreas noch etwas kaufen und ich glaube am ende des zuges werde ich noch mal ein paar karten ablegen weil die nicht wirklich das widerspiegeln was ich gern möchte begegnungsphase mit annabel sie ist außerhalb von san andreas auch auf einer schlucht haben bisher nur schluchtbegegnungen gehabt aber mal sehen was sie erlebt eine karte und da haben wir dieses ereignis du hast das gefühl verfolgt zu werden als du über dich schaust entdeckst du einen puma er brüllt und springt auf dich zu du kannst ihm ausweichen zerstöre eine handkarte dafür oder du wirst von dem bist festgenagelt gib ein gesundheitspunkt ab um dich frei zu kämpfen jetzt die große frage ob ruhig ein leben oder eine karte auch wenn die verflucht kann vermeintlich erstmal eine art negativen touch haben sie kopieren halt eine komplette karte und wenn man später die stärkeren aus dem improvisationsstapel hat dann sind die natürlich recht vorteilhaft aber ich habe drei karten davon und deswegen ich werde eine zerstören das heißt sie geht nicht auf die ablage sie geht raus aus dem spiel okay das war eine schmerzhafte begegnung für unsere annabel kommen wir zur aktionsphase mit red hat aktionsphase red hat in san andreas ich möchte noch mal eine begegnung haben als meine aktion und da gehe ich natürlich jetzt in den laden ich habe 12 geld das ist eine ganze menge und da werde ich mir als erstes mal hier das pferdchen holen für sechs karte wird sofort wieder aufgefrischt und dann haben wir hier ein gürtel bringt uns eine patrone natürlich auch nicht schlecht aber kostet natürlich auch sechs in summe gerechnet eine reinvestition wenn ich sechs runden lang das spiele bekomme ich jedes mal eine patrone ist genau diese sechs dollar aber ich denke mal ich habe mich ja hinsichtlich der aufträge bei red hat ist sehr stark in richtung fluch geeicht und deswegen werde ich für meine restlichen sechs geld die ich habe hier meine fluchschwelle noch zweimal erhöhen bezahlen wir zuerst das pferdchen aber wie gesagt jede runde zwei bewegungen das ist schon mal recht cool und somit einer weg ein fünfer weg sind die sechs und dann zweimal die drei sind normal sechs für die erhöhung der fluchschwelle damit käme ich schon mal bis zur sechs ohne dass ich verflucht werde jetzt habe ich meine aktion natürlich in san andreas verbraucht ich kann mich aber noch bewegen und es wird langsam mal zeit dass wir diesen einen halunken bei der expedition weg machen der so uns viel negativ schneit kostet deswegen können wir uns natürlich ein artefakt holen für die bewegung wenn ich bis dorthin möchte benötige ich eine bewegung um hier hinzukommen zwei drei vier fünf sechs und auf den wegen habe ich noch zwei angriffe und da holen wir uns doch mal die sechs bewegungen denn jetzt kann ich einiges tun denn ich habe mein pferd für zwei bewegungen dann habe ich den sprint für noch mal zwei bewegungen sind wir bei 4 und dann nehme ich hier einmal verflucht bringt uns unser fluch 1 höher ich kopiere natürlich den sprint für noch mal zwei bewegungen sind in summe die sechs bewegungen die ich benötige aber wir haben ja festgestellt gehabt zwei angriffe wären noch nötig oder ich muss wunden kassieren aber ich habe ja hier noch die überlebende für zwei weitere angriff und damit kann ich mich direkt ohne dass ich schaden bekomme bis zur expedition bewegen und somit den langen weg bis zur expedition ich hatte meine aktion schon gehabt das heißt ich kann jetzt nicht an artefakten suchen oder den halunken hinsichtlich des kopfgeldes verfolgen somit meine aktionsphase mit redhead beendet und unsere annabelle ist noch dran annabelle ist hier in der schlucht und würde gerne zum aussichtspunkt gelangen aber sie benötigt dafür zwei bewegungen allerdings habe ich die nicht keinerlei bewegungshandkarten und unsere stiefel mit plus 1 helfen uns nicht bräuchte schon plus zwei aber habe ich nicht und deswegen werde ich das wie folgt spielen ich möchte als erstes die karte nehmen um mir zwei wasser zu holen daher 12 dazu dann möchte ich als nächstes die segnung spielen minus zwei fluch sind wir wieder runter mit unserem fluch auf 0 sehr gut jetzt habe ich natürlich noch eine angriffskarte die nützt mir gar nichts aber ich habe noch eine verflucht karte und die werde ich auch anspielen jetzt bin ich gerade runter mit meinem fluch somit hier wieder eins dazu und ich werde noch mal hier diese plündern karte kopieren den effekt was mir noch mal wasser bringt wasser kann man nie genug haben und ich denke mal das war es dann auch für meine spielen von karten ich habe ja noch mal eine aktion und weil ich ja sonst jetzt noch sein andreas zurück müsste ich möchte natürlich gern bleiben hörte meine aktion dahingehend aussehen dass ich jetzt mein lager hier aufschlage lager heiß ich bekomme auf alle fälle ein lebenspunkt schon mal cool des weiteren bedeutet dass es werden sofort alle gespielten karten das ablage deck und natürlich die karten auf der hand gemischt und hier zur verfügung gestellt und das müssen das bereitstellen des decks endet sofort die aktionsphase die ich habe mehr kann ich nicht tun und damit sind wir schon wieder durch und wir kommen zur aufräumphase beginnen wir mit annabelle wir hatten ja das deck neu gemischt aber aufgrund des lagers musste sie nicht nach sein andreas zurück das war ja mein ziel jetzt ziehen wir ganz normal vier karte nach und dann hoffe ich natürlich so haben wir gehen wir los mit fluch ich brauche bewegung bitte erneut keine bewegung das ist nicht gut dann hoffe ich mal auf die improvisationsphase für red hat sie hat noch zwei fluch kann die behalte ich mal ich will ja eh so ein bisschen jetzt in die flüche hineingehen für meine aufträge und deswegen machen wir alles wieder bereit karte hat bereit gemacht wir ziehen karten auf bis zu vier und haben wir noch mal eine angriffskarte und wir haben noch mal diese karte das reibt uns unseren fluch natürlich dann noch höher von den kopfgeldern her da waren wir diese runde richtig faul denn wir haben gar nichts erledigt das heißt wir kriegen jetzt die volle kelle hinein letztes mal waren 17 jetzt kann noch die zwei dazu das heißt 19 negativ schneid somit von 81 auf 62 es geht immer weiter nach unten aber wir haben noch ein bisschen zeit und ich hoffe dass wir jetzt diesen großen gegner hier oben bei der expedition besiegen hängt natürlich auch davon ab was wir eventuell noch für artefakte dort bekommen monster bewegung müssen wir nicht ausführen haben wir noch keinen und damit endet die runde der startspieler marker wandert rüber zu annabelle und steck mal eine runde schaffen wir heute noch die ersten beiden karten für improvisation wir bekommen einmal sprint das ist gut eine bewegung bekommen ruf der finsternis karte zerstören muss ich nicht und flüche habe ich auch genug karten die ich bekommen deswegen ist die entscheidung muss ich gar nicht darüber nachdenken relativ leicht für mich hier nehme ich natürlich den sprint auf die hand und bei rettet auch hier macht bewegung galopp haben eigentlich schon ein pferdchen und das haben wir hier auch schatzsuche mit geld aber noch mehr flüche das beide nett da ich mit rettet aber kaum wasser habe werde ich tatsächlich die schatzsuche nehmen und diese karte auch wenn schwer fällt ablegen kommen wir mit annabelle zur begegnungsphase wir stehen erneut in einer schlucht und werden dort eine begegnung haben bisher waren die begegnungen nicht unbedingt positiv mal sehen was wir diesmal haben ein händler taucht auf der lichtung vor dir auf er grüßt dich und preis seine waren an du darfst im laden einkaufen als wärst du in san andreas das ist für annabelle sehr von vorteil zumal sie schon sieben wasser hat und ich werde das ganze noch ein bisschen erhöhen denn ich habe ja hier noch lündern bringt mir zwei wasser und dann werde ich verflucht hier auf dieses wasser spielen somit habe ich in summe vier wasser die dazu kommen weil ich den effekt kopiere aber dafür geht der fluch natürlich um eins nach oben aber ich denke mal das reicht mir noch nicht denn ich habe ja noch mehr möglichkeiten ich kann das ganze noch mal spielen also ich kopiere den effekt noch einmal das heißt noch mal fluch nach oben dann habe ich jetzt sechs wasser die ich in summe bekommen damit habe ich 13 wasser damit komme ich auf alle fälle sehr gut im laden zurecht da kann ich mir einiges kaufen erneut benutze ich aber auch noch die segnung auch das kann ich spielen um den fluch um zwei wieder zur senke den effekt hier unten den spar ich mir mal auf und damit gehen wir mal rüber in den laden und mal sehen was wir für 13 wasser kaufen können ich denke mal als erstes werde ich mir hier diesen gürtel holen um mir jedes mal munition zu besorgen sind sechs somit habe ich noch sieben übrig und füllen wir auf mal sehen was wir bekommen ok einen roten drang um flüche zu verringern wir haben natürlich die segnung ich denke mal das brauche ich vor allem noch etwas ist wahnsinnig teuer daher werde ich meine ladenaktion benutzen heißt ich lege das ganze ab in einer reihenfolge wie ich gern möchte ich lass mal das ganz oben und stellen wir den roten drang ganz unten und dann decken wir auf was wir noch bekommen nochmal fluch verringerung die stiefel und noch mal den roten drang so richtig haut mich das angebot aber jetzt nicht von den socken ich habe noch sieben wasser übrig und deswegen werde ich meinen patronen gott noch erhöhen um zwei namen habe ich noch fünf übrig doch obwohl ich werde das ganze zweimal machen habe ich noch drei übrigen für die restlichen drei wasser hole ich noch jede menge munition bis wenn ich kein wasser mehr habe sehen wir also noch mal durch wir haben uns zu den gürtel geholt mehr ausrüstung slots leider nicht möglich kostet uns schon mal sechs sechs wasser weg danach möchte ich zweimal die maximale munition erhöhen das sind noch mal zwei mal zwei also vier weg und dann habe ich noch drei übrig und die verwende ich um 123 mal munitions erhöhen damit sind wir mit einer berger pleite aber wir haben uns dadurch sehr gut gestärkt und ergänzt möchte ich noch einmal diesen gürtel verwenden um auch noch mal eine munition extra zu bekommen begegnungsphase zu ende gespielten karten gehen natürlich jetzt in die ablage und dann gehen wir rüber zu rettet mal sehen was sie für eine begegnung hat hat befindet sich bei der expedition dabei handelt es sich um einen verfluchten ort werden sich noch mal ein bild darüber machen kann was die einzelnen orte darstellen ob sie schluchten ob sie ruinen oder verfluchte orte sind hier auf seite 25 der anleitung ist jeder ort noch mal markiert und hier angegeben was er sich für eine art ort handelt und da weiß man auch genau bescheid okay dann haben wir halt eine begegnung an einem verfluchten ort so eine begegnung hatten wir noch nicht gehabt denn bisher gibt es nur über diese karten die begegnung in wüste in ruinen und in schluchten für die verfluchten orte gibt es einen extra kartenstapel und mal sehen was wir da jetzt hier für ein ereignis bekommen wir haben eine grenzkontrolle bei einer begegnung an einem verfluchten ort habt ihr drei möglichkeiten eine davon müsst ihr wählen zwei sind meistens damit verbunden dass ihr irgendwelche ressourcen bezahlen ist könnt ihr auch wieder mit karten oder gegenstände generieren und die dritte ist dann meist das was noch übrig ist falls ihr zum beispiel die ressource nicht habt oder nicht aufwenden wollt hier bei der grenzkontrolle ist es so dass wir die wahl hätten drei wasser zu bezahlen um halt die kontrolle zu bestechen dürfen wir uns direkt nach san adreas bewegen möchte ich aber nicht bin ja froh dass ich gerade bis zur expedition gekommen bin alternativ kann ich natürlich auch meinen schießeisen rausholen für fünf angriff diese einfach überwinden dann passiert das dass ich drei schneid kriege weil ich halt sehr stark mich dort zur wehr gesetzt habe und dadurch natürlich noch bekannter werde und die letzte möglichkeit ist wenn ich nichts davon bezahlen kann oder möchte ich werde abgewiesen hat aber hier einen positiven effekt dass mein fluch sich um eins verringert und ich denke mal das wasser möchte ich nicht bezahlen ich möchte in seiner drehers bleiben und fünf angriff möchte nicht aufwenden ich habe mit meinem angriff was anderes vor und deswegen nehme ich einfach die fluch reduktion das ist für red hat nicht ganz so günstig weil wir momentan auf fluch jagd sind aber ich denke mal ich habe genug karten ihr seht ja wo ich flüche erzeugen kann nämlich diese eine reduktion auf alle fälle mit bevor ich jetzt irgendwelche ressourcen aufwenden muss die ich nicht möchte das war es mit meiner begegnung kommen wir zur aktionsphase mit annabelle annabelle hat nicht mehr allzu viele optionen was ihre karten angeht aber das was ich habe reicht mir ich möchte nämlich zwei bewegungspunkte erzeugen und diese beiden bewegungspunkte verwende ich um zum aussichtspunkt zu kommen und verwende jetzt meine aktion meine aktion wird hier sein dass ich nach artefakten suchen möchte nach artefakten suchen kann ich nur an einem ort wenn ich in der entsprechenden farbe noch kein token auf meinem board habe das heißt wenn er schon ein schwarzes token weiß ich hätte dürfte ich jetzt hier nicht nach artefakten suchen und natürlich es müssen auch noch token vorhanden sein um ein artefakt zu suchen wenn ihr dies tätigt dann dürft ihr euch beide token geheim ansehen im kooperativen ist vollkommen egal aber wenn ihr halt gegeneinander spielt schaut ihr euch an was ihr hierfür artefakt möglichkeiten habt und anhand dieser bilder könnt ihr die entsprechenden karte aus dem artefaktstapel heraussuchen und euch ansehen und euch für eine entscheiden die karte die ihr nicht wählt und dies entsprechende token legt ihr verdeckt ohne dass die anderen es sehen dann natürlich wieder auf den ort doch schauen wir uns erstmal die zwei karten an in diesem fall haben wir die wahl zwischen der kränbeute und den verjüngungselixier die kränbeute erhöht erstmal unserem fluch ist natürlich nicht ganz so angenehm dennoch hat sie einen sehr positiven effekt ich kann nämlich in meinem zug noch mal improvisieren das heißt wenn ich die karte auf der hand habe spiele ich sie und bekomme dadurch automatisch über die verbesserungskarten eine weitere karte auf die hand was mich natürlich dann für den weiteren verlauf des spiels immer weiter stärken wird diese karte am anfang zu bekommen ist natürlich nicht schlecht aber ist halt auch mit kosten fünf zwei fluche verbunden entgegen das elixier bringt uns immer einen lebenspunkt dazu und es senkt den fluch hat aber auch keinen weiteren effekt aber dennoch für annabelle sie hat jetzt nicht unbedingt so viel lebenspunkte das ist schwierige entscheidung aber ich werde das verjüngungselixier nehmen ich denke mal damit komme ich besser klar desweiten haben wir hier oben die angabe von schneid punkten die bekommen wir am ende des spiels im kooperativen vollkommen egal da hat es am ende keine relevanz aber wenn ihr gegeneinander spielt sind das auch noch mal bonus punkte für euch heißt ich nehme diese karte dieses token und nehme beides zu mir das heißt den trank auf die hand und dieses token kann ruhig verdeckt sein auf euer bord dann wisst ihr genau ihr habt jetzt schon ein schwarzes artefakt wir oft kein weiteres schwarzes artefakt mehr bekommen wir sind immer noch in unserer phase und ich würde sagen ich verwende diesen trank auch gleich und somit kriege ich noch mal ein lebenspunkte dazu und mein fluch geht wieder runter auf null die karte für die nicht gewählten münzen gehen natürlich wieder zurück in den stapeln übrigens eure gegner wissen nicht was hier drin ist die karte einfach wieder verdeckt zurück und natürlich auch das token wieder verdeckt zum aussichtspunkt mehr kann ich mit annabelle aber auch nicht machen schlecht dass ich ja nicht auf kopfgeld ja ging aber man braucht so zwischenzüge mal um irgendwelche neuen karten zu bekommen und das ist natürlich der moment gerade im kooperativen spiel wo das spiel sehr starken fortschritt machen dann wird es natürlich hinten raus dann meist etwas eng kommen wir zur aktionsphase von red hat auch hier bin ich bei einem eckpunkt wo artefakte liegen könnte ich natürlich das gleiche machen aber ich habe was anders vor ich muss unseren schneid irgendwie stabilisieren und deswegen gehe ich tatsächlich auf kopfgeldjagd und da habe ich auch nicht allzu viel auswahl denn bei der expedition finde ich nur hier alistair fairweather und ich benötige zwölf angriff um dieses kopfgeld zu holen legen wir unseren halunken mal hier zur seite und mal sehen was wir jetzt alles zusammen bekommen ich möchte nämlich folgendes machen als erstes werde ich auch jetzt aber nichts zu tun hatte die schatzsuche spielen erhöhte meinen fluch um eins und wir bekommen vier wasser das ist schon mal gut dann spielen wir weiter als nächstes möchte ich gern den bewaffneten überfall habe ich meine ersten beiden schläge immer hierhin angriff für alistair bekomme erneut zwei wasser und ich bekomme erneut einen fluch und jetzt bin ich bei vier fluch und habe ich hier schon mal meinen ersten auftrag als lehrling vier fluch sollen wir bekommen bekommen wir zwei wasser und die drei schneid geben wir uns also hier das wasser jetzt wird es langsam etwas mehr und natürlich die drei schneid 1 2 3 beachtet angeht dass sie immer genau diesen wert treffen müsste nicht drüber nicht drunter machen wir aber noch weiter denn ich habe natürlich auch eine verflucht karte plus ein fluch und den effekt der zu kopierenden karte nicht möchte erneut den überfall kopieren hat natürlich zur bewandt ist dass ich als erstes noch mal zwei angriff bekomme bin ich schon mal bei vier bis weiter natürlich noch den fluch sowieso und zwei wasser jetzt kriegen wir einiges an geld aber zu guter letzt müssen wir auch noch den kopierten fluch dazu nehmen das heißt wir kommen jetzt hier auf die schwelle was a besagt dass wir verflucht werden und die karte umdrehen müssen aber zusätzlich haben wir die nächste karte geschafft und zwar betrüger für genau sechs fluch bekommen wir dafür drei wasser nehmen wir ein fünfer rein und zwei wieder raus und natürlich noch die fünf schneid von 65 auf die 70 aber ich bin immer noch nicht fertig ich habe noch eine verflucht karte und möchte das ganze noch mal spielen das heißt fluch geht um eins höher da ich jetzt in diesem bereich bin für jede flucher höhe kostet mich das leider ein lebenspunkt somit dieser würfel um eins runter dann bekommen wir natürlich erneut wieder zwei wasser für den kopierten effekt und erneut noch eine flucherhöhung weil auch dieser natürlich kopiert wird und erneut natürlich eine lebenspunkt und das war eine sehr teure aktion aber jetzt haben wir in summe schon sechs angriff dann spiele ich noch die karte sieben angriff benötigte ich noch fünf und jetzt haben wir hier diesen verfluchten bereich hier oben der uns sagt für die abgabe von zwei patronen 12 kriegen wir noch mal fünf angriff um am ende die zwölf zu haben für dieses kopf geld zu guter letzt noch zu beachten was natürlich jetzt auf der verfluchten seite und so red hat karte steht und die sagt aus dass wir einmal pro runde bewegung ausgeben müssen ansonsten würden wir einen lebenspunkt verlieren doch ich kann bewegung noch erzeugen und zwar über mein pferd diese zwei ressourcen die wende ich natürlich auf um diesen fluch entgegen zu wirken um keinen weiteren lebenspunkt zu bekommen wir bekommen noch auch das nicht zu vergessen wir haben acht fluch erreicht jetzt an dieser stelle bekommen wir noch mal vier wasser somit ein 5 1 1 1 raus wir bekommen sieben schneit dann bekommen wir noch mal sieben schneit über das kopf geld aber wir erhöhen unseren fluch noch mal um ein weiteres das ist natürlich sehr sehr bitter denn wir verlieren dadurch noch mal einen lebenspunkt doch ich denke es war es auf alle fälle wert diese 14 schneit mitzunehmen und damit sind wir von 70 wieder auf 84 nach oben mehr kann ich aber jetzt in der aktionsphase nicht spielen alle gegenstände wo werden alle karten gespielt und damit kommen wir zur aufräumen phase da wir gerade bei red hat sind mache ich die gleich hier gespielten karten werden natürlich noch abgelegt es wird alles wieder bereit gemacht ablegen kann ich nicht ziehen wir karten auf vier stück und da haben wir bewegung noch mehr bewegung noch mehr bewegung ok und auch noch eine über lebende aber wir haben noch karten drin alles gut müssen uns noch nicht zurück bewegen dann auch bei annabelle machen wir wieder bereit dass wir uns noch mehr munition holen können karten ist leer ziehen wir auf bis auf 4 und haben über lebenskünstlerin das gleiche noch mal dann haben wir c und wir haben noch mal angriffs lustig ok werfen wir einen blick bei den most one sammeln die teuren ja weggemacht bleiben jetzt noch sechs plus vier bis zwei übrig das heißt nur zwölf negativ schneit das ist recht gut den zweier den sollten wir versuchen ein bisschen länger hier oben zu halten damit nicht die teuren hinsichtlich des negativ schneit zum vorschein kommt aber es kommt ja ein weiterer und da bekommen wir den kult des horos in den ruinen ziehen wir noch den negativ schneit ab von 12 von 84 auf 72 da beenden wir auf alle fälle diese runde weiter vorne als wir das letzte mal hier gestartet sind das heißt wir haben uns positiv entwickelt das wird leider nur nicht jede runde zu funktionieren die runde endet damit monster müssen wir nicht bewegen haben wir nicht auf dem feld der staatspieler marka wandern wieder rüber zu red hat und mit ihr machen wir das nächste mal weiter liebe freunde von defu and cursed damit endet die heutige ausgabe wir hatten drei ereignis reiche runden gab wir haben schon die verfluchten orte hier an den ecken kennengelernt wir haben uns schon ein artefakt angeeignet und wir haben es auch geschafft und so negativ schneit oder unseren schneit so ein bisschen im zaum zu halten dass er nicht ganz so stark nach unten wandern wir wissen ja wenn dieser junden die null erreichte dann ist das spiel vorbei monster haben wir noch nicht zu gesicht bekommen das wird auch noch ein bisschen dauern denn wir müssen uns der erste durch diese ganzen most wanted schlagen haben wir sie weg dann werden die ersten monster kommen und die gilt es natürlich dann auch noch zu besiegen ich hoffe natürlich dass ihr ein wenig gefallen an dieser reihe habt und nächstes mal wieder mit dabei seid wenn wir hier defu and cursed spielen wenn es euch gefallen hat hinterlasst mir doch einfach einen daumen nach oben empfehlt mich weiter abonniere den kanal unterstützt mich auf pretion oder eine kanal mit schafft alles das ist möglich und dann wünsche ich euch natürlich alles gute habt spaß am spiel bis zum nächsten mal euer genu abonniere den